Unser Ziel ist es heute eine Dübeleiste an einer Stütze anzubringen und einen ganzen Durchstandsbereich mit Dübeleisten zu versehen. Natürlich darf die Beschriftung nicht fehlen und zusätzlich zur Beschriftung muss auch noch eine kleine Tabelle daneben stehen. Diese wird heute mit Pyco designt und das war auch schon der perfekte Übergang, denn ich bin im Pyco Designer drin. Die Ausgangssituation ist folgende, wir bekommen vom Statiker die Bemessung, die hängt meistens in der Statik mit drin. Ich habe hier einfach so eine Ausgangssituation, so eine klassische gemacht mit 2er und 3er Dübeleister in so ein Achtersystem, in so ein Sternfeld. Das werden wir jetzt nachkonzipieren mit zwei verschiedenen Systemen, einmal mit den Subparts und am zweiten Teil dann mit den Python Parts, die in Altbern integriert sind. Beides kostenfreie Systeme. Am Ende bekommt ihr mein persönliches Fazit mit meiner Meinung und ich habe natürlich Zeitstempel benutzt, damit ihr dorthin switchen könnt, wo ihr das für richtig findet. Ich habe alles in zweifacher Geschwindigkeit aufgenommen und mitgestoppt. So, mit den Subparts einfach die Statik öffnen, in der Bibliothek die Dübelleiste auswählen, den Produktcode kopieren aus der Statik, doppelklick und die ganze Dübelleiste generiert sich. Ich habe noch die Höhe eingegeben und das System hat erkannt, dass die Dübelleiste schon in dem Projekt verlegt wurde, als D4. Dasselbe mache ich jetzt mit der 2er Dübelleiste. Da habe ich mich verklickt gehabt noch und jetzt habe ich sie aber erstellt gehabt, habe noch eine andere Farbe benutzt, die D3 und die D4 in dem Fall. Ich kopiere mir das Ganze, drehe einmal in 45 Grad, dann mache ich kopieren und drehen, viermal und jetzt noch eine Legende und dann stoppt auch gleich die Zeit. Das war es, mehr braucht man eigentlich nicht. 1,40, das ist jetzt eingeloggt, sage ich jetzt mal. Das geht wahrscheinlich sogar noch schneller. Jetzt bitte ein Like da lassen und dann schauen wir uns die Python-Variante an. Dazu braucht man ein Objekt wie eine Stütze und wenn man noch eine Decke hat, dann kann man hier die automatischen Höhenangaben rausnehmen. Allerdings muss man natürlich die Betondeckung noch eingeben und die Herstellerangaben muss man auch selbst ständig eintippen. Das heißt Pyco, PSB habe ich jetzt hier eingetippt, die Betondeckung und die Dübelhöhe, muss ich erstmal kurz suchen. Und dann habe ich es aber auch gehabt, kein Problem, eine 16er als Durchmesser und das Ganze halt hier konzipiert. Dann muss ich erstmal schauen, okay, was muss ich hier eingeben. Zwei Schienen also, eine A und eine A anscheinend und dann habe ich einfach gesagt, okay, das heißt D1, D2. Wie bei mir D3 und D4. Und ja, dann habe ich die ganzen Daten halt mit der Hand eingegeben. Das geht übrigens bei den Subparts auch, dass man das alles noch händisch eingibt, aber über die Schnelleangabe geht es halt noch schneller. So, jetzt musste ich erstmal den Kranz anschauen, wo ist denn welche, jetzt war das nicht ganz schön dargestellt, deswegen habe ich das ein bisschen größer gezogen. War aber auch kein Problem, die Sterndarstellung, ich habe es jetzt schon verlegt. Jetzt wollte ich noch den Layer ändern auf Einbauteile. Leider waren die Python Parts keine Einbauteile, sondern ich glaube, das war Bewährung oder sowas, als es rausgegeben wurde oder 3D-Objekte. Da habe ich nochmal einen Fehler gemacht gehabt, hat mir noch mal 5 Sekunden gekostet oder 10, egal, die können wir am Schluss abziehen, wenn ihr wollt. Aber jetzt habe ich es schon verlegt, aber ich konnte es nicht auswerten. Keine Einbauteile-Liste, keine Objekt-Liste, habe ich aber nicht mehr zur Zeit dazu gezählt, das habe ich deaktiviert in der Zeit. Ich zeige nur, dass ich da Probleme gehabt habe mit der Auswertung. Jetzt geht die Zeit weiter und dann habe ich mir gedacht, okay, ich möchte es aber assoziativ beschriften. Ich möchte jetzt nicht, dass ich da einen dummen Text hinschreibe, deswegen habe ich die Attribuierung über eine Beschriftung geholt, D1, D2 abgelegt und jetzt brauche ich natürlich noch irgendwie eine Tabelle. Ich wollte es erst nur mit Langtext einfach und dann habe ich gedacht, dann wäre ich fertig, aber jetzt habe ich es so gemacht, D1, D2, ich habe keinen Platz gehabt. Dann habe ich da 8 Mal hingeschrieben und jetzt mache ich noch händisch schnell eine Tabelle, kopieren wir das da rüber und dann habe ich den Langtext da rausgezogen, den Hersteller und so weiter und so fort. Ich habe mir gedacht, es muss jetzt keinen Schönheitspreis gewinnen, Hauptsache es ist richtig auf dem Plan und es soll auch assoziativ natürlich sein. Und das war es auch bis auf den 8 Stück, weil die 8 Stück sind nicht mehr assoziativ, weil ich habe ja alles auflösen müssen, aber ansonsten hätte ich keinen Zugriff gehabt an D1, D2 und so weiter und so fort. Und hier stoppt auch die Zeit circa 5 Minuten. Ja, und was ist das Fazit? Das Fazit bei den Python-Parts, es ist eine automatische Mehrfachverlegung, super. Dann noch ein weiterer positiver Aspekt ist verständliche Dateneingabe, habe ich verstanden gehabt, kurz überlegt, aber trotzdem, es geht schon. Es hat eine Layer-Steuerung, es sind 3D-Objekte und keine 2D-Objekte. Es ist veränderbar, solange es ein Python-Part ist. Es ist natürlich blöd, wenn man es auflöst und dann ist es nicht mehr veränderbar, aber trotzdem. Die negativen Aspekte aus meiner Sicht sind, das Level of Geometry ist viel, viel zu hoch. Also das schadet der Performance enorm. Dass es mit Zylindern und 1000 Kurven gemacht, das schadet uns und am Schluss ist es auf dem Plan nur ein roter Fleck oder ein blauer Fleck, der beschriftet wurde. Also das macht für mich keinen Sinn, es ist viel zu hoch detailliert. Dann keine Auswertung ohne Nacharbeit möglich und wenn man etwas auswerten möchte, muss man das Python-Part auflösen und kann es nicht mehr verändern. Das ist natürlich sehr schlecht. Und das Python-Part selber hat keine Beschriftung, es ist kein Report dabei oder sonst irgendwas. Kann man natürlich alles nachholen ein bisschen, aber ich finde, man kann es verwenden, wenn man sich in einer unsrigen Welt wohlfühlt. Und wer es eher präzise und exakt haben will mit den Informationen und einen tollen Standard haben will, der auch noch gepflegt wird, der soll auf die Sabbat-Dübelleiste doch setzen. Natürlich bin ich ein bisschen produktverliebt in meine Arbeit. Logisch, ich wäre ja blöd, wenn ich sagen würde, mein Produkt ist schlecht. Ich stehe zu 100% dahinter und das hat auch Gründe. Zum einen, jede Dübelleiste ist ein eigener Generator. Also ihr könnt jede Dübelleiste wieder reaktivieren und ändern. Ihr könnt bei jeder Dübelleiste das Level of Geometry anpassen oder zum Projekt. Ihr könnt es zum Beispiel mehr Polygone anzeigen lassen, wenn es ein kleineres Projekt ist. Weniger anzeigen lassen, wenn es ein größeres Projekt ist oder teilbildabhängig. Ja, je nach eurem Bedarf. Dann ist es eine automatische Beschriftung dabei und wenn ihr die nicht nutzen wollt, könnt ihr sogar den standardmäßigen Befehl Einbauteile beschriften von Alplan nutzen, um die Dübelleiste zu beschriften. Dann ist es mit den benutzerdefinierten Einbarteilen zusammen auswertbar. Also das hat eine eigene Sprache zusammen mit der von Alplan. Außer die von den Python-Parts, die leider nicht. Ja, dann die Kodierung wird an den Hersteller angepasst. Das heißt, wenn ihr von Pyco zum Beispiel auf Jordal wechselt oder auf Halfen oder auf Schöck, dann wechselt auch die Kodierung zum jeweiligen Hersteller um und ihr müsst gar nicht mehr eintippen. Wie gesagt, es ist ja jederzeit veränderbar und das Wichtigste ist, es ist herstellerübergreifend und einbauteilübergreifend auswertbar. Das ist mein roter Leitfaden von jedem Subport. Und die Verlegung muss über bekannte Alplanbefehle erteilt werden. Das ist ein Vor- und ein Nachteil. Das heißt, ihr müsst es selber irgendwie irgendwo hinkopieren, verschieben. Das ist ein Nachteil, aber auch ein Vorteil. Denn ihr habt die maximale Kontrolle und könnt jederzeit irgendetwas bearbeiten, verschieben und ja, so wie ihr es erkennt. Die einen sagen, ja, die Verlegung, das ist der Vorteil. Weil ich sage, nein, die Auswertung ist hier maßgebend. Entscheidet selbst und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Jetzt kommt die Endcard. Liken und abonnieren nicht vergessen. Ciao, servus, euer Peter. Liken und abonnieren nicht vergessen.